Yo Leute, vorab gesagt, der Part ist ein wenig asynchron aufgenommen worden, deswegen musste ich ein bisschen was wegschneiden, was eigentlich gar nicht weggeschnitten werden sollte. Und ja, dadurch ist es halt total abgefuckter Schnitt. Und ich hab versucht das wieder richtig zusammenzuschneiden, sodass es nicht mehr asynchron ist. Ähm, ich hoffe, dass es geht so. Und wundert euch dann nicht, dass da irgendwas weg ist und vielleicht ist es ein bisschen asynchron oder so. Also, wollte ich nur kurz sagen, also weiterhin trotzdem viel Spaß mit diesem Part. Haut rein. Ja, ja. Und sonst so, da müssen wir echt langsam mal eine Einladung kriegen. Oh, Sand und Galaxien. Was ist das? Machen wir. Klar. Dauer 4 Stunden, Dauer 72 Stunden. Machen wir das hier. Gehen wir da hin. Öffnen. Der von den beiden gleich fertig ist, macht sofort ein Preview zu dem Spiel. Sofort. Ins der... Haben wir... Sind wir überhaupt noch in dem Netzwerk? Ja, wir sind in Maxima. Jo. Kannst du mal einer von euch beiden fertig sein, bitte? Du gehst gleich mal nach dem Kurs eine Runde schlafen und dann eine Runde essen. Sie ist fertig? Ist sie fertig? Nein, er ist gleich fertig. Wenn, dann ist er gleich fertig. Ja, nice. Zeige das Ergebnis. Ist eine gute Preview. Dann machst du ein neues Video. Oh Gott, ist das scheiße. Naja, wir müssen mal... Oh mein Gott. Können wir das Spiel auch gleich sofort verkaufen wieder. Das ist ja komplett Dreck. Kompliter Dreck. Aber naja, was soll's. Was soll's. Oh. Schlechte Nachbearbeitung. Mann. Wie viel ist unsere Miete eigentlich? Insgesamt müssen wir 5000 zahlen. Das geht aber. Das geht. Das geht echt. Ist die Ball aber fertig? Mann, du brauchst aber ganz schön lange. Also, ich werde dich. Wow. Hätte ich das mal früher gesagt. Komm. Ja, danke. Hochladen. Dann. Mach noch ein Gameplay. Aber nicht zu dem Spiel. Noch ein Gameplay dazu machen, bitte. Arbeitsplatz 1. Gut. Das dauert aber Ewigkeiten. Wann ist das 24. August? Alter, das dauert. Das hier dauert echt. Hui. Ewigkeiten. Ewig. Koitin. Tö-düm-tüm. Tö-düm-tüm. Aber unsere Benenten steigen und steigen. Beende mal kurz den Kurs. Du musst unbedingt schlafen und essen. Er ist fertig. Zeige das Ergebnis. Interesse ist gar nicht mal so niedrig. Spiel wählen. Aber das war das einzige Preview, was wir gemacht haben zu dem Spiel. Das können wir jetzt verkaufen. Ja, okay. Tö-düm-tüm. Tö-düm-tüm. Aha. Kein Ding. Haben wir gern getan. Hotdog. Essen, bitte. Mhm. Ich glaube, wir müssen noch was essen. Äh, Hamburger. Mach mal ein Video. Ne, warte. Habe ich Ihnen das schon genötigt? Ja, macht er schon. Okay. Ne, macht er nicht. Warte. Du sollst bitte Gameplay dazu machen. Äh, am Arbeitsplatz 2. Ja. Warte, ich hätte den Sound ändern sollen. Shit. Machst du auch noch ein Gameplay dazu. Arbeitsplatz 3. Mono-Ausgabe. Vollsitzenden. Ja. Und Doki setzt den Kurs fort. Yeah. Ich muss mir unbedingt merken, bevor wir zu der Veranstaltung gehen, will ich noch, ähm, einmal essen und schlafen gehen. Tö-düm-düm-düm-düm-düm. Ach, Mann. Wir brauchen unbedingt noch einen Mitarbeiter. Ich bin froh, dass ich gleich wen einstellen kann. Beziehungsweise, ja, mir wen holen kann. Jetzt, wir haben ja noch einen Kühlschrank. Haben wir ja auch noch einen irgendwo? Ne, ne? Ne. Aber wir haben so einen großen und so einen kleinen Kühlschrank. Schön. Wohin, haben wir hier oben vielleicht noch einen? Ne, ne? Ich glaub nicht. Sieht nicht so aus. Wir könnten gleich mal bei den Möbeln gucken, ob wir da noch irgendwie was haben. Doki, geh mal einkaufen. Okay, mach's nicht. Wir müssen nämlich zur Präsentation gehen. Was ist das für eine Präsentation? Shit, ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Was ist da für ein Symbolstand? Keine Ahnung, wollen wir vielleicht eine Cap aufsetzen? Ne, Cap lassen wir weg. Vielleicht ein neuerliche Oberteil? Cooles T-Shirt. Oder vielleicht ein Pulli oder so ein Pulli. Ne, das ist unsere Standardjacke, glaub ich. Was ist das? Okay. Oh, ne. Ich glaub, wir lassen das an. Ja, wir nehmen das. So ein Smoking-Oberteil. Ne, danke. Auch nicht. Das ist halt die Standardhose, die wir anhatten, ne? Ja, wir lassen die Hose an. Die Schuhe haben wir ja an, ja. Genau. Ne. Nehmen wir mal die Schuhe. Komm. Warum auch nicht? Lassen wir so. Lassen wir zum Event gehen. Komm. Nice. Oh, verdammt. Wartet, sie haben Videos fertig. Zeige das Ergebnis. Hochladen. Zeige das Ergebnis. Nice. Haben wir noch geschafft. Okay. Hochladen. Nice. Okay, gut. Okay. Puh. Hat funktioniert. So, jetzt suchen wir einen neuen Gamer. Einen neuen Gamer. Aber ich glaube, das Labern dann werde ich rausschneiden. War ja schon beim Netz mal anstrengend genug. Obwohl ich es da auch ein bisschen geschnitten habe. Also von daher war es ja noch recht okay. Aber hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? Spiel, tu es mir nicht an. Hab ich noch was zu trinken? Es ist leer. Ich sterbe. Es ist so warm, Alter. Es war echt auch so warm. Ohne Scheiße. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Ähm. Hallo, Spiel? Ähm. Leute. Fuck. 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 Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Ich starte es mal eben neu. Ich starte es mal eben neu. Oh, es ist so warm, Alter. Es ist so fucking warm. Ich muss... Ich weiß nicht. Es liegt... Es ist eigentlich nur beim Aufnehmen so. Vielleicht, weil ich die ganze Zeit rede oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mir nur beim Aufnehmen mega warm. Wenn ich jetzt nur sitzen würde und zocken würde, dann wäre es nicht so warm. Okay. Wir waren jetzt beim... Wir waren nicht beim Event, oder? Toll! Wollen wir da hin? Ja, komm. Wir gehen hin. Gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Noch eine Runde essen. Du machst nochmal ein Video. Und zwar... Gameplay dazu. Aber es wird es eins, meinetwegen. Und du bitte. Eine Review. Dann wird es, glaube ich, bald auch Zeit für ein neues Spiel. Ach ja. Müssen unbedingt hier langsam mal... Ein paar Sachen freischalten. Aufrufe erhöhen sich. Walkthroughs! Ich muss hier den Zweig gehen. Scheiße! Ich brauche Walkthroughs. Spaghetti. Und dann setz dir mal deinen Kurs fort. Obwohl, erstmal einkaufen gehen. Erstmal einkaufen gehen. Ja, nein. Ich wollte kein Spiel. Ich wollte... Idea. Vielleicht gibt es hier was Neues. Ich glaube aber nicht, oder? Doch! Billardtisch! Oh mein Gott! Eine Kaffeemaschine! Oh! Ja! Das ist das, was ich brauche. Und ein Kicker. Zack! Und den Rest auch noch. Kaufen! Haben wir bei den Konsolen vielleicht noch was Neues? Ne! Oh Gott! Wow! Ja, wir haben neue Sachen, Leute! Dann würde ich warten, warten wir bis... Äh, würde ich sagen, warten wir bis er hier fertig ist. Dann rüsten wir den PC neu auf. Erstmal, ja, erstmal Rechner 1 und danach Rechner 2, dann Rechner 3, Rechner 4 und so weiter. Okay, der Billardtisch ist auf jeden Fall oben. Die Kaffeemaschine! Ah, das ist nur ein Bild von der Kaffeemaschine! Was? Oh mein Gott, warte, nein, du hast das Video fertig. Ich zeige dir das Ergebnis. Danke. Das ist gut geworden! Zieh dich um! Okay, hörst mal auf damit. Du zeigst bitte... ...das Ergebnis. Ah! Wir brauchen ein neues Spiel. Nein! Ich hätte... Oh, verdammt, stimmt. Oh Mann! Ja, wir gehen hin, so. Meinetwegen. Öffnen. Öffnen. Ich möchte sagen, dass ich ein Smartphone gelegt habe. Auf keinen Fall. Sag jetzt nicht, dass... Es kann auf keinen Events gehen, oder was? Jetzt hat es sich gerade komplett aufgehangen. Das kann doch nicht wahr, Stein. Ist das dein Ernst? Ah, oh, ha, hu, ha, oh, hi. Es funktioniert noch. Oh, ich wollte gerade sagen, hängt das wieder bei 61%. Ja, neue Karten verfügbar ist, okay. Geh mal hin. Kaufe Sega... Was? Kaufe was? Saga Muster Drive. Ey, was machst du denn hier? Spielen. Müssen 1000 Punkte erreichen. Und dann suche ich mir gleich mal noch einen flotten Gamer. Und eine flotte Gamerin. Ist ja eigentlich Wayne. Und dann stelle ich die gleich mal an. Nachdem wir hier erfolgreich gewonnen haben. Oh, verdammt. Zack, zack. Okay, das wird gerade... Ich treffe nicht, hä? Ich klicke die ganze Zeit exakt auf den Punkt. Aber irgendwie will das nicht. Schon wieder. So. So. Danke. Zack, zack, zack. Oh, shit. Okay, wir haben den 1000 Punkt erreicht. Ist okay, mehr wollte ich nicht. Preis bekommen. Ja. Nein. Ich glaube nicht. Habe ich keine Ahnung. Nein, ich spiele momentan... Ach nee, warte, das war mein bestes Video. Nein, Bizarro Fantasy spiele ich momentan. Ziemlich viel. Beziehungsweise meine Mitarbeiter. YouTuber haben sie gesagt, der will jetzt viel Geld machen. Ja, ist... Machen wir mal ein Interview. Hm. Ah, nein, nein, nein. Blablabla. 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 Hä, hä, hä. Honey geht mit der PSP-Bach runter, ja. Ähm, blablabla. 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 Hast ihr PC noch nicht gekauft? Worauf wartest du eigentlich? Hä? Ähm, blablabla. 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 Wir haben nicht das richtige Verhältnis. Äh, coole Begrüßung. Nein, das. Verdammt, ich hab nicht so viele Punkte. Äh, erscheint... Es erscheint ein Mann, der spontaner Hintergrund steht. Äh, ähm... Ernster Kommentar. Nein, verdammt, das war mal zwei Feierlicher Schrei Okay Ja, wir nehmen jetzt niedrige Punkte Also niedrige Sachen Ich brauche mal ein bisschen davon, ne? Ach ja Mal zwei, mal zwei Oh mein Gott Mal zehn, okay Äh, haben wir jetzt zehn von Reden, reden Reden, reden Ich will dich einstellen Ja, ein voller Erfolg Auf jeden Fall Jeder hat heutzutage einen Kanal Ja, aber ich bin der größte Okay, nein, noch nicht, oder? Ich glaube noch nicht, ne? Ja, Satans Game war unglaublich Auf jeden Fall Kiana, ist ein schöner Name Ich bin der größte Mitarbeiterin haben Was sie bei Gaming noch 19 ist Oder halt 19 auf Gaming hat Und da wollen wir mit ihr eine Beziehung eingehen Ich weiß es nicht Aber wir sind Gamer Wir haben doch keine Ahnung von Frauen Wenn du noch nicht wirklich bekannt bist, würde ich vorschlagen, mal ein paar beliebtes Spiele zu spielen Wir sind bekannt Ich bin sogar ziemlich bekannt Wow, sie findet uns langweilig Wow Ist ja toll Oh Mann Können sie jetzt einladen, ne? Wir haben sie jetzt in unserer Liste, ne? Okay, gut Red mal zu Ende Dann hauen wir hier ab Der PC kam gerade erst raus Was? Hä? Okay PC kam gerade erst raus Gut, Leute Dann würde ich sagen Im nächsten Part Stellen wir dann die neue Mitarbeiterin ein Meine Aufgabe verfügbar Okay Wir backen auch schnell unsere Sachen hier aus Rüsten den PC auf Oder rüsten die PCs auf Und dann beende ich dieses Video Und geh runter Denn unten ist kühl Und trinken gibt's da auch Und mir ist arschwarm Es ist einfach Mir ist einfach arschwarm, ey Es ist so eklig Es ist so eklig Tastatur Monitor Maus Webcam Mikrofon Warte mal Wie viel muss ich bezahlen? Ist ok 5000 Ist ok Mikro Kopfhörer Schneeprogramm Unglück Ich werde mir Nein, danke Beitreten Wow Wer ist das denn? Rang 1 Der beste YouTuber ist das? Das ist der beste YouTuber? Was? Stop Bitch Never So, schnell auspacken alles Und dann Würde ich sagen Beenden wir die Aufnahmesession 25 Minuten Fast 24 Minuten Würde ich sagen Ist ok Freut euch sicherlich Komm in der Zeit Kannst du mal schlafen gehen Doki Und nochmal kurz was essen Haben wir noch Zeit Mit dem Auspacken Sind wir noch nicht fertig hier Ne Dann haben wir hier gleich Den besten PC Oh dann ist das Unser bester PC Ich weiß ja nicht Inwiefern es noch besser geht Ich weiß nicht Ob es noch bessere Sachen Dann geben wird Aber das werden wir Dann sehen Irgendwann Du verlierst Abonnenten Ja Äh Das Och komm Dann macht er jetzt noch ein Video Noch ein Gameplay 3D True Krass Außenfilter Mono Und dann macht sie Zu dem Video noch eine Review Review Auch an Arbeitsplatz 1 Meinetwegen War es das Wir haben nichts mehr Ok gut Leute dann würde ich sagen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Da rein Na